Oh, da war aber einer, ganz, ganz schnell. Herzlich willkommen, wer ist denn da? Ist da jemand dran? Keiner da. 3, 2, 1, hallo? 0. Aha, raus aus der Leitung, tut mir leid. Aber nicht allzu große Eile, meine Damen und Herren. Ich möchte nur, dass Sie anrufen, wenn Sie die richtige Antwort haben. Herzlich willkommen, wer ist dran? Danny. Danny, ich grüße, deine Lösung bitte. 12 Meter. 12 Meter, äh, 12 Meter. Wie viel Erde ist in einem Loch? 12 Meter. Macht keinen Sinn, ne? Sind wir uns einig, ist nicht richtig. Wie viel Erde ist in einem Loch? Achso, 12 Meter hoch Erde, oder wie? Wunderschönen guten Abend. Wer ist in der Leitung? Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Was hast du für eine Lösung? 64 Meter. 24. 64. Ah, 64. Entschuldigung. 64 ist leider auch nicht richtig. Ah, es tut mir leid. 12 habe ich gehört. 64 habe ich gehört. Und jetzt höre ich hoffentlich was anderes. Wunderschönen guten Abend. Wer ist dran? Hallo? Bitte sprechen Sie jetzt. 3, 2, 1. Was machen wir jetzt, Regie? Ich würde sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Gewinner und hoffe, dass es jetzt hier gleich mal klingelt. Versuchen. Ja, schön. Wunderbar. Herzlich willkommen. Wer ist dran? Moin, ich grüße. Ich grüße. Haben Sie eine Lösung? Ganz logisch. 4 Kubikmeter. 4 Kubikmeter ist leider falsch. Mensch, wir müssen auflösen, meine Damen und Herren. Ja, und leider ist es wirklich so blöd, dass in einem Loch leider keine Erde drin ist. Da fällt ja alles durch. So, meine... Ich habe was im Hals. Hallo, wer ist denn da? Hallihallo, Bettina. Bettina, hallo. Ich grüße dich. Deine Antwort bitte. Standuhren. Standuhren? Standuhren. Standuhr. Da fehlt aber dann noch. Geht nicht. Funktioniert nicht. Ist leider nicht richtig. Oho, der nächste Kandidat. Einen wunderschönen guten Abend. Wer ist dran? Die Philipp. Philipp, ich grüße dich. Du, hast du die richtige Antwort? Ja, handtreu. Hand? Handtreu. Treu. Ist leider auch nicht richtig. Mensch, das tut mir leid. Was machen wir jetzt? Mach mal 10 Geldpakete. Und 1.30 Uhr. Achtung! Und das Telefon klingelt. Es ist unglaublich. Wer ist in der Leitung? Herzlich willkommen. Petra. Ich grüße dich, Petra. Deine Antwort bitte. Rasthäuser. Rasthäuser. Ne. Das stimmt leider nicht, Petra. Es tut mir leid. Schade. Vielen Dank für deinen Anruf. So, Rischi, was machen wir jetzt? Durchhalten. Unbedingt jetzt durchhalten. Das ist ganz wichtig. Die Leitungen sind bereit. Der Fernseher ist da. Die 30 Geldpakete stehen da. Und das Telefon klingelt. Herzlich willkommen bei Money Express. Wer ist mit dabei? Der Schorsch. Also eigentlich Georg. Hallo Georg. Ich sag einfach mal Schorsch zu dir und frage nach deiner Antwort. Was kommt raus? Ruhe oder Ruhen. Aber das ist zu wenig. Du musst alle Buchstaben verwenden. Und ich kann da leider auch keine Ausnahme mehr machen. Das ist falsch. Na, einen wunderschönen guten Abend. Wer spricht da? Hallo? Hallo? Ich höre doch da jemand. Und der hat aufgelegt um 2 Uhr. Das ist echt unglücklich. Mensch, was mache ich jetzt? Rischi, hilf mir! Wir machen jetzt... Rein in die Leitung. Kommen Sie. Hoffentlich war das der letzte Counter. Und wer wählt sich jetzt ein und versucht noch schnell, dieses Rätsel hier zu knacken? Also, welches Wort kommt raus? Sie beginnen mit R. Und hier ist der nächste Kandidat. Wer ist dran? Hallo? Danke. Herzlich willkommen. Was ist Ihre Lösung? Rente. Rente? Ja. Nee. Ich glaube, es ist zu spät. Also haben Sie das Spiel verstanden? Sie müssen natürlich alle Buchstaben hier verwenden. Das ist ganz wichtig. Wie kommen Sie denn jetzt auf Rente? Das ärgert mich jetzt. Warum wollt ihr jetzt die Leitung schließen? Ist das jetzt das Ende des Spiels? Ich meine, viel Zeit haben wir nicht mehr, meine Damen und Herren. Die Sendung ist bald vorbei. Es ist 2 Uhr 41 und 15 Sekunden. Ganz schnell jetzt bitte rein in die Leitung. Und da ist der Kandidat. Guten Abend. Wer ist dran? Ja, der Jörg. Jörg, ich grüße dich. Deine Lösung? Ruhestand. Ruhestand. Jörg, das ist richtig. Du hast 2.500 Euro gewonnen und ein Plasma-Fernseher. Hey, das ist ja super. Das ist Wahnsinn. Ich freue mich für dich. Bleibst du bitte kurz in der Leitung, ja? Ja, mache ich. Na gut. Also, tschüss. So, meine Damen und Herren, jetzt das aller, allerletzte Spiel. Welches Land suchen wir? Ich frisch. Es frisch. Wir. знаßen. Ich für das Brisch.